Das Hotel ohne Einrichtung oder wie soll man sagen, hier ist tote Hose. Ja, es sollte mal wieder umgebaut werden. Es wurde verkauft und dann haben wir das Projekt aufgegeben. Jetzt soll es abgerissen werden. Ich habe mir jetzt auch etwas anderes hier vorgestellt. Vielleicht sieht man in den oberen Etagen etwas mehr. Aber hier ist alles leer. Leider. Schade. Oh, ist das hier verstanden. Also die Küche ist noch da. Hier wurde schon lange nicht neu gekocht. So wie das Ganze hier aussieht. Ist voll gestorbt. Das war ich. Jetzt ist die Schübertür. Ah, die funktioniert noch gut. Und was steht hier? Nichts, schätze. Geschafft nicht. Wieder mal auf. Hier war der Eingang. Und hier ging es zu den Zimmern. Das war mein schönes Hotel, aber keine Fahrstuhl und nichts. Das ist doch in die Jahre gekommen. Ich habe jetzt ein bisschen anders in Erinnerung. Da ich das Hotel kenne. Ich war hier schon als Kind mal drin. Ja. Kann man mal sagen. Ich bin zu spät. Hier haben sie echt alles rausgebaut. Die ganze Zimmer sind leer. Soll ja auch abgerissen werden, aber... Ja. Trotzdem. Ich habe die Zimmer noch gesehen. Aber... Das war... Vor 30 Jahren ungefähr. Wo ich mal hier war. Ja. So ein Schrank. Schade. Ich gehe mal davon aus, dass alle Stockwerke so aussehen. Boah, die Fliesen wurden... Ja, man sieht es ja, die wurden mal erneuert. Also man sieht hier die neuen Fliesen. Und hier... Die alten haben sie einfach drangelassen. So soll das früher aus. Naja... Also die haben schon mal renoviert. Okay. Die Hoffnung ist, dass in den oberen Stockwerken... Vielleicht... Dann... Doch noch Einrichtung da ist. Aber die stockte wie immer zuletzt. Das sieht nicht einmal aus. Hm. Keine Türen. Keine Betten. Keine Möbel. Hm. Eine Elefantentapete. Hm. Eine Elefantentapete. Hm. Tja. Tja. Schöne Terrasse. Hm. Ja. Ein Balkon und so weiter. Da waren das hier auch Zimmer. Ja. Hier war wahrscheinlich die Dusche. Hm. Aber es sieht aus, als ob sich das hier... Doch ein Haus bauen wollten. Wie auch immer. Ich verstehe die Grunde auch nicht warum das... Gekauft wurde. Und dann wurde... Nichts mehr damit gemacht. Hm. Gut. Wenn das jetzt abgerissen werden soll... Baut man hier Wohnungen hin. Vielleicht lohnt sich das. Ich weiß es nicht. Aber schade. Ich hätte euch gern mehr gezeigt. Aber... Ist auch eine Enttäuschung für mich. Hier nichts zu sehen. So ist das halt. So. Ich würde sagen ich beende mal hier das Video. Weil mehr gibt es hier. Wirklich nicht zu sehen. Schade. Bis zum nächsten. Wirklich nicht zu sehen. Wirklich nicht. Wirklich nicht zu sehen. In StCC. Vielen Dank.